Bester Mitarbeiter, ohne Scheiß. Ich warte. Herz. Das gehört, was ich hab jetzt gesagt habe. Ich warte. Ich glaube, ich auch nicht. Ich wollte auch eben schon sein, was denkst du, wenn Leute uns sehen, wenn wir hier drin sitzen? Aber dann ist rausgefahren, dass es keiner sieht, weil da keiner ist. Weil sie keine Leute gibt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.